Willkommen zu Kita Today, unserem fast mehr täglichen Kita-Format. Mit mir wie so häufig meine sehr geschätzte Kollegin Frau Rechtsanwalt Nede Trenner. Hallo und der sehr geschätzte Kollege Rechtsanwalt Holger Klaus. Wir sind die Kita-Rechtler und ja, wir wissen, unsere Ampelregierung hat gerade einiges an Kopfschmerzen und wir wollen auch nicht lange stören an dieser Stelle und auch nicht noch weitere Kopfschmerzen verursachen. Wir wollen nur höflich nachfragen. Okay, Frau Kollegin, wir müssen Kopfschmerzen verursachen. Ich will nur höflich nachfragen, wie sieht es denn mit dem Versprechen aus, was man sich im Rahmen der Koalition selber gegeben hat und damit letztendlich auch der deutschen Öffentlichkeit. Es geht um die Kinderrechte. Welche Kinderrechte, Frau? Kollegin? Die Kinderrechte, die ins Grundgesetz sollen. Und die sind da nicht drin. Die sind da nicht drin. Die sind da nicht drin. Und das, obwohl was im Koalitionsvertrag vereinbart wurde. Auch in diesem Koalitionsvertrag wurde vereinbart, dass man sich gerne darum bemühen möchte, Kinderrechte endlich doch ins Grundgesetz reinzubringen, weil sie in der EU-Grundrechte-Charta, wie spricht man dieses Wort aus? In diesem Ding von der EU. Danke. Manchmal hat man es einfach, weil die da ja schon lange drinstehen. Und deswegen denkt sich Deutschland seit geraumer Zeit, seit mehreren Legislaturperioden, ja, wir sollten da auch mal was machen. Und es ist bisher einfach noch nicht dazu gekommen. Wir halten fest, im Koalitionsvertrag ist uns ausdrücklich versprochen worden, wir werden die Kinderrechte im Grundgesetz verankern. Wir werden machen und wir haben bis heute nicht gemacht. Woran scheitert es denn wohl bis dato, Frau Kollegin? Nein, also als allererstes Mal war ja die Wahl noch gar nicht abgeschlossen, weil Berlin hat ja nun erst am vergangenen Sonntag noch zum Wahl gewählt. Also insofern konnte man ja noch gar nicht wirklich loslegen. Und außerdem ist die Legislaturperiode ja auch noch gar nicht zu Ende. Wir haben ja noch durchaus ein paar Monate Zeit. Wir können uns also darauf verlassen, es wird auf jeden Fall noch passieren. Bin ich mir ganz sicher. Aber tatsächlich liegt es wohl so ein bisschen an der Definitionsfrage, wie man es denn nun gerne hätte. Ob denn die Kinderrechte nun angemessen berücksichtigt oder das Kindeswohl angemessen berücksichtigt werden soll oder das erforderliche Maß an Berücksichtigung finden soll oder vorrangig berücksichtigt werden soll oder wie soll es nun sein? Und darüber brennt immer mal wieder ein großer Streit, wenn das Thema auf der Tagesordnung steht, weil es sind halt unterschiedliche Arten der Anerkennung. Wir müssen das, glaube ich, für alle Zuhörenden so ein bisschen aufdröseln. Sonst kommt so ein Potato-Potato-Gefühl bei hoch, weil hey, was ist denn der große Unterschied? Auch wenn ihr es nicht glauben wollt, juristisch gesehen ist zwischen angemessen berücksichtigen und das erforderliche Tun ein riesen Unterschied. Denn angemessen ist leider nur das, was eben sozusagen im Gesamtgefüge so gerade so passt und das, was erforderlich ist, da steht das Kindeswohl tatsächlich im Vordergrund. Und was für die Durchsetzung des Kindeswohls eben erforderlich ist, soll gemacht werden. Das Erforderliche, was gebraucht wird, um ein Ziel zu erreichen, das will man sich natürlich in Bezug auf Kinderrechte, den Kinderschutz natürlich am liebsten im Grundgesetz vorstellen. Und wer so im politischen Spektrum jetzt für die Angemessenheit der Beachtung der Kinderrechte plädiert, will wahrscheinlich es eher nach Kassenlage ausrichten. Ein bisschen hässlich an dieser Stelle formuliert, aber ansonsten erklärt sich ja nicht, warum hier sozusagen derartig, naja, so ein bisschen versucht wird, das Kinderrechte vorhaben abzuschwächen an dieser Stelle. Sicherlich, man hat Angst, dass wenn die Kinderrechte drin sind, dann sollen die Seniorenrechte auch nochmal extra rein, dann sollen alle möglichen Rechte nochmal gesondert für alle Partikularinteressen irgend wieder verankert werden. Ja, das verstehe ich, aber das ist ja auch ein Wenn, dann, wenn, wenn, wenn. Und wir sollten doch bei den Kinderrechten wirklich an der Stelle zumindest mal den ersten Schritt machen. Der Unterschied ist ja auch tatsächlich, ja, na klar, sind Kinder auch Menschen. Man stellt sich das mal vor und entsprechend gelten die Grundrechte sowieso auch für die Kinder. Selbstverständlich, aber der Unterschied ist halt, und das auch Unterschied zu den Senioren zum Beispiel, dass Kinder ihre Rechte halt nicht selber durchsetzen können. Jedenfalls nicht ganz so einfach, weil sie eben gesetzlich vertreten werden von den Personensorgeberechtigten, meistens den Eltern. Und das führt eben dazu, dass man, dass Kinder da an der Stelle so ein bisschen vielleicht rechtlos sind und ihre Rechte eben nicht durchsetzen können. Und deswegen möchte man das eben eigentlich nochmal gesondert da reinpacken. Senioren können ihre Rechte selber durchsetzen, von Ausnahmen abgesehen. Und deswegen muss das eben tatsächlich nicht unbedingt gesondert nochmal da rein. Das Thema, wenn wir ein anderes Mal besprechen, das ist mir jetzt zu heikel, aber es bedeutet, haben wir erstmal die Kinderrechte im Grundgesetz drin, ist das ein Schutzauftrag für den Staat, ist das auch ein Fürsorgeauftrag für den Staat. Der Staat muss dann das Portemonnaie aufmachen und da käme man auch in der Freien Jugendhilfe automatisch dann einen großen Schritt in die richtige Richtung weiter. Das an dieser Stelle, haltet durch, bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.